Die Erfindung des Wendeschlüssels im Jahr 1934 war ein Meilenstein in Sachen Sicherheit und Komfort. Einbrecher scheiterten mit ihren Versuchen, die Schlösser zu öffnen und Löcher in den Hosentaschen gehörten der Vergangenheit an. Dann kam die Digitalisierung. Schlüssel wurden vermehrt zu Smart Keys oder Badges. Die haben gewisse Vorteile. Verlorene oder zerbrochene Badges lassen sich leicht sperren, auswechseln oder neu berichtigen. Neue Mieter und Mitarbeitende erhalten einfach einen neuen Badge und man berechtigt diesen für die gewünschten Türen. Trotzdem können Badges nicht alles. Wir müssen sie immer noch physisch aushändigen und manchmal vergessen wir sie. Nun kommen Smartphones ins Spiel. Jeder hat eins und man lässt es fast nie aus den Augen. Wir vergessen oder verlieren es sehr selten und ein einziges Smartphone reicht theoretisch für alle Türen der Welt. Ob neue Mieter oder Mitarbeitende, Buchende von Apartments oder Coworking Spaces, Dienstleister, die einen temporären Zutritt benötigen, sie alle können den Schlüssel, den sie brauchen, direkt auf ihr Smartphone erhalten. Das schafft Sicherheit, Komfort und ein ganz besonderes Nutzererlebnis.